ich habe jemanden getötet, du Dovian du bist Dovian schön ich bin jetzt genauso verrückt wie Mavi ne echtes schockt euch mit dem LK wieder runter zu ballern das ist Hammer Hammer wie du aussiehst in deinem Outfit ich steh unten oh ja Baby du stehst unten hey pass auf was du sagst Entschuldigung kleiner Tipp nehmt die Forderungen und Raketen einfach mit denen kommen die bis vor ey Dex ja was hat er du mein ey aber der guckt zu ne bleibt nichts du bist doch kacke so ein Arsch ist das ich wollte dir sagen vorsichtig aber ich wollte gucken ja ja du wolltest gucken was passiert du Arsch noch einen erwischt ja irgendeinen hast du erwischt ja bin hinter der Kugel gefahren die ganze Zeit geht auch ach ich bin der einzige der hier ist doch cool ja ich weiß nicht wieso ich gestorben bin ich weiß echt nicht ja ich weiß auch nicht vielleicht weil du mit deinem Gesicht den Asphalt gewicht hast wenn du die vorderen Raketenwerfer nimmst du kommst du bis oben an die Kante ran weil die anderen explodieren vorher ja nur so als tipp Chris Vorsicht da kommt einer Chris 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 Boah was bei mir sah es voll aus als wenn er die von weg in den Arsch ja da hat er von mich von mitgenommen ja ruhig so ne mach ich dich auch mal mit ey was hast du denn für ein Arsch meine Haare ändern sich nach jeder Runde keine Ahnung was es ist ich dachte nach jeder Runde als ob die so auskissierte Affe als ob die so kugel leckte Mä Lä ... ... Kaka-Bubu in die Hose gemacht ich ne kaka-Bubu Deine Ecos aufwischen jetzt kommt dann im lkw runter hier das will ich sehen chris jemals und nackig kommt schon den lkw mit anhänger gesehen nein ich meine zum spiel habe ich schon der kw kommt was macht er alter was erwischt macht alter putzel vom 360 jahre sicherlich hier unten steht auch noch autos ja kriss hört auch auf wenn man zuschießt, du machst dich nervös es ist ja klar, dass sie dich nicht treffen oh god kriss, sie bewegt mich nicht mehr so doll, du seht uns nichts kann ich die einen sich auch so machen, dass ich die es besser sehe der nächste oh kriss, kriss, kriss was ist mein Fick denn da? du bist der Buxu oder? ja, ich bin der Buxu jawohl, weggenarscht wie hat der geschmeckt? Mr. Biel habe ich gedacht wie bei Bumsebien 43 ist der lebe ich da mal in den Wegzäck ich glaube, dass wir ein bisschen verloren die Runde wir haben den Dennis da oben Olli Olli P Mann Olli P Mann oh wir haben gewonnen trotz zwei, zwei Fehler gefällt mir zwei Fehler? ihr beiden seid nicht ja Sandra und ich sind hingefallen wir haben uns gegenseitig gesehen und haben uns erschrocken und sind runtergefallen verstehe bitte Sandra immer wieder gern Sandra Sandra pssst kann ich bei dir einsteigen oder was? nein, warum? ja weil ich Angst hab dicker ja weil ich Angst hab hahaha ihr schafft das auch noch euch selber jetzt ein Auto zu fahren ich will nicht fahren ich hab Angst da kommen die Kugeln ja Sandra und Marvin schieben die Kugel runter ich kann auch nicht wahr ich fahr gar rückwärts hoch oh ne das ist müß dick warum fährst du denn rückwärts hoch? ich hab Angst ich weiß nicht, ich sterbe oh Chris hat dich sauer oh Chris hat dich sauer oh Chris hat dich sauer Hilfe ich will zu meiner Mami runter da jawohl ich hab mich mal nervös danke Chris ey ich bin runtergefallen scheiße ey Chris ich hab dich lieb er hat auch noch einen mitgenommen gerade hahaha komm ich helf dir raus verdammt das ist geil das ist geil ich spiel schon wieder P der ist schwul der ist schwul das ging doch schwul ne du die Kalt und noch viel weiter booh booh hahaha der steht ganz rechts auf der Plattform oh no 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 ich schick dich ich schick dich ups ich rückg dich hab dich gefickt ja Xich souven flieck dich Hahaha Auf jeden Fall wieder Lulu in die Hose, ne? Morgen hab ich die Bohnen stehen, haben sie ihren Affen, oder? Wenn die bei D sind, ich will sie live streamen. Angezogen oder unangezogen? Überraschung meiner Hohen, das stimmt. Kinderüberraschung. Kinderüberraschung. Gibt's da einen Hörner? Nee, Elefanten. Mit dem Hohen drauf. Wer den erwischt? Noch einer weg. Ey, du Arsch. Du bist voll scheiße, Mann. Boah, du Fotze. Der hat nicht richtig erwischt. Wie so ein Buchsehude, weißt du? Aber der Schuss nicht runterkriegt. Wieso ich? Was hab ich denn gemacht? Das ist so dumm, oder was? Das ist so dumm, oder? Wie ich dann hinter dir schädelte? Aber was hat da mit Runterschubsen zu tun? Sandra, psst, psst. Wenn du die riesen Löpse da nicht kommen, siehst du sie da runterrollen, Alter. Oh, kommst du mich? Nee, wie sie auch noch sagt. Ey, Chris. Genau, richtig. Klar, ey. Oh, Mann. Hey Chris, hör auf mich anse Titschen. Pass auf, müsste ich die Kräste noch runter, weil ich ungefähr 10 Kilometer von dir wegstehe. Das klingt logisch. Bei mir sah das so aus, als ob du mich da... Bei mir ist ja was zu aus. Das ist ein paar Worte. Das ist ein paar Worte. Das ist ein paar Worte. Du bist so eine Pupsbacke, ey. Ich dachte, der hat auch nicht so ausrasten. Echt? Mach mal. Nachhinein. Nachhinein. Und du musst deine zwei Wurtenhände, ne? Deinen Zeigefinger, deinen Daumen, an dein Ohr der Stamm. Boah, das war so knapp, Alter, verdammt. Und Wooser sagen. Das war so... Ich hab dich geholt. Ich schwör auf mein Toilettenpapier. Ey, es leben drei Schüttel im Gegenteam. Was machen die denn, Alter, oben? Ja, die schürfen grad die Anhänger runter, ey. Versuchen sie jedenfalls. Oh Gott, Alter. Da kommt ein LKW. Da kommt ein paar Sachen runter, Alter. Boah, Alter. Geil. Nice, nice. Papier, 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 Papier. Ey, ich schiff mich nicht rum, da hier den Kanada. Nice, das war wirklich, wirklich nice von denen. So dumm eigentlich, ne, von denen. Da kommt einer, kommt einer, kommt einer, kommt einer. Ey, 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 ey. Nein, noch nicht, verdammt. Pauli hat euch plackgemacht, Alter. Ja, der hat ja das gemacht. Der hat ja richtig weggewichst. Ah, kurz vor der Rackett an, der kriegt er mit nichts. Ich glaube auch nicht, weil die Anhänger hängen da, so. Ja, der Anhänger, damals hat sich da... Ey, du Gas machst'n Typ, Alter. Ah, da ist das passiert. Gut, das ist da, jetzt hab ich so schon. Ich guck doch mal nach hinten, da kommt doch jemand. Ja, da kommt niemand. Oh, das sind so vom Radar verschwunden, ey. Das bringt doch viel. Ja, man sieht überhaupt nicht, ne. Die fetzige Gerle. Die können dann runterfahren. Die können ja nicht machen. Oh, ich dachte, schleff hier runter. Ja, geh doch auf. Ja, genau da. Du kommst ja ganz drauf, oder? Kommt er ganz drauf? Nee, nicht ganz, Alter, schade. Das wär nice, wenn er da hochkommen würde. Ja. Oh, er kommt drauf. Alter, wie geil ist das denn? Hahaha. Hahaha. Er bringt's doch tatsächlich. Hahaha. Sehr gut. Du musst noch einen Weg nachschauen, Alter. Ja, aber die Fahrt gar nicht mehr. Oh, was für ein Idiot, Alter. Oh, man. Jetzt ist er über die Rampe gesprungen. Jetzt fällt er in zweifach, Alter. Oh, Mann. Hahaha. Oh, ich hab immer so'n Team, ey. Kommt einer, kommt einer. Oh, schieß. Oh, das war schlecht. Leicht. Hahaha. Aber eins gegen eins, nur komm. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wir dürfen nie die Anhänger mit runter nehmen. Hahaha. Verlierer, wieso? Weil du dich im Team bist. Wie bitte? Weil du im Team bist. Weißt du was? Ich rasier dir gleich deine Achselhaare und stopf sie dir in deinem Mund. Hahaha. Bist du fertig? Nee, ich bin noch lange nicht fertig. Mach weiter. Ey, Sandra. Hey, Sandra. Was ist hier wichtiges Konzept? Sandra? Ernsthaft jetzt, Sandra? Nein. Ah, du bist so doof. Du bist doof. Du bist so doof. Ich mag dich mit Marian Junkkasten. Guck mal, hier, Bääääääääääääääääääääääääääääääääk Oh, ab, Alter. Ahö Heinz. Nicht mal Kugelschubsen kannst und nicht mal jetzt. Hallo! Hau ab, du, Osschi! Ruhig von der Kutte! Mein Gott, komm weg von mir! Für die Freiheit! Oh, ich komm schief, ich komm schief, ich komm schief! Oh nein! Oh, das ist mein Fun! 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 Uaah, und Koi, da vermischt alles! Oh, das ist mein Fun! Oh, das ist mein Fun! Oh, ich bin so nervös! Und jetzt muss ich weg! Oh, ich hab's überlebt! Ich habe fünf Kinder geboren, eine Schwede. Was soll das denn finden? Wo ist das? Ach du, wie verruf sie? Ich bin dabei verspunten. Warte mal stehen. Ich muss dir was erzählen. Ich werde dich schon kriegen. Ich werde dich schon kriegen. Oh nein, ich fall runter. Oh, ich fall runter. Oh, ich fall runter. Nein, komm schon. Nein, nein, nein. Tja, ich... Weißt du was? Die Klappe. War das Christopher gerade? Nee, das war Daniel. Bam, er hat dir das gegeben. Bam! Hallo, er hat's Leben. Ja, Daniel. Was ging? Ja, ich spiel. Alles was Beine hat. So viel? Ja. Was? Ich flieg da raus. Oh Mann, ehrlich. Oh Mann, ehrlich. Du bist so geil, Alter. Spring die erstmal raus. Warum bist du rausgesprungen, Sandra? Weiß ich nicht. Sie hat mal re-sportiert. Sie hat mal re-sportiert. Sie hat mal re-sportiert. Wie geil. Das ist immer so, Alter. Das Ding ist in der IDL. Ich bin immer re-sportiert. Was macht ihr denn da? Wieso nur die ganzen Linger da ist behindert? Ich weiß ja schon, was wir machen könnten, wenn ihr da seid. Wenn ihr da seid. Ihr spielt dann schon Resident Evil 7 in VR. Nej. Oh ja. Ja, und nehm es auf, Batterien. Oh ja, das werdet ihr spielen. Da mach ich mir die Hose, hör auf, Alter. Das werdet ihr spielen. Warte mal, wer bin ich? Ha, ha, ich bin Mami nicht. Habe ich schon gemacht. Ist wirklich lustig. Das werdet ihr spielen, genau. Nee, ich bin ich da. Ich hab selber gerade eine VR-Brille hier, also das ist zu gut. Wir haben richtig Laune, das Spiel. Chris? Wie wird er? Und die anderen nochmal? Keine Ahnung. Kommt schon. Ich weiß nicht. Sei kein Spielverderber. Und jetzt? Nochmal? Keine Ahnung. Wie nochmal? Ich geh pennen. Wer geht pennen? Daniel, du gehst gar nicht pennen, du afrikanischer Bus-Mensch. Was willst du denn, du Dattelpflücker? Komm her! Komm her! Komm doch her! Was war das denn, Alter? Wie so eine Gandalf-Lache, Alter, ey. Marvin, der Weiße, ey. Donald Duck, Alter. Mann, komm her! Noch eine Runde, Digga! Dann kannst du deine Klatscheier mal ausprobieren, Alter. Hab ich schon. Ja, ich weiß, hab ich gehört. Hallo! Das war's. so wer bläht jetzt nirgendwo sehr geladen Daniel was ich komm schon nochmal die gleiche Scheiße ja komm schon mein Haas eine Runde noch ich hab keine Ahnung doch du bist der Engel dann nein dann ist nix doch doch nein doch 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 wenn ich sag doch dann ist es doch jetzt kommen wir in die Scheißbarn ey Marvin entschuldigung die Bieter wo ich das war Luxander nennen wir mal ein Beispiel an ihr ja das ist so hässlich hast du gehört denn zu mir schick dich gesagt ja echt mal hast du gehört man ja ich bin Sandra ich schon achten Kopf willst du mich für Asche komm doch her komm doch komm doch ich box dich mit dir rede ich glaube ich nicht ach so entschuldigung ja das mag ich mehr du hast zu dir gesagt du hast gerade zu mir fick dich gesagt hab ich nicht was ist mit dir Mystic hat mir Marvin grad sogar geschrieben hat mir Marvin grad sogar geschrieben das zieh ich immer ist er denn mehr da oder was wer ist nicht mehr da Mystic es ist vorbei es ist vorbei Daniel, wir sind ein Team, Digga. Oh, Sandra ist auch noch so toll. Dann verlieren wir. Na toll. Ne, Daniel? Dann verlieren wir. Daniel. Daniel. Ey, Domina ist ja wieder. Domina? Wo ist ne Domina? Sandra. Das glaube ich. Was? Boah. Was ist das, Daniel? Ja. Was ist das? Nein, ich verlebe. Vielen Dank. Vielen Dank.